Hallo meine Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal und wahrscheinlich dem sachlichsten Video, was es hier jemals geben wird. Erstmal zu mir. Ich arbeite nebenbei als Beschäftigungstherapie mehr oder weniger im Einzelhandel und wollte euch ein bisschen mitnehmen, ein bisschen zeigen, wie das eigentlich so ist und euch ein bisschen auch heranführen, ja quasi an den Alltag mit Kunden. Denn ich denke, das könnte für einige relativ interessant werden. Zunächst mal, es ist ja der entspannteste Job nebenbei im Einzelhandel zu arbeiten, das kann man gar nicht anders sagen. Der Einzelhandel ist super entspannt. Ich meine, man macht im Endeffekt sehr wenig und wird dafür eigentlich relativ, naja, anständig bezahlt. Ich kann es also jedem, der so Student ist oder generell nebenbei Arbeit sucht, ans Herz legen dort zu arbeiten. Es ist halt einfach wirklich unglaublich entspannt und es macht halt auch einfach Spaß, meine Kollegen hat, mit dem man halt so nebenbei viel Scheiße machen kann oder sowas. Ist halt auf jeden Fall, ja, eine sehr entspannte Arbeit. Aber jetzt zum Thema des eigentlichen Videos. Ich habe mir vorgenommen, in der nächsten Zeit mal so ein bisschen, ja quasi zu zeigen, wie verhalten sich Kunden gegenüber einem und das Ganze anhand von Bewertungen zu zeigen, zu belegen, wie auch immer. Und wenn ihr wollt, mache ich gerne noch mehr Videos über diese Sachen im Einzelhandel, denn ich denke, wie gesagt, es könnte für viele interessant sein, euch da mal mitzunehmen, euch mal zu zeigen, wie das Ganze so ist. Und wie gesagt, ich zeige euch Bewertungen, ich gehe darauf ein und ja, macht hier kurz informative Videos zum Thema Einzelhandel, wenn ihr wollt. Und schreibt gerne in die Kommentare, wenn ihr davon mehr sehen wollt. Und ja, dann starten wir mal direkt rein. Mitlegen gesagt, gehen wir so vor, dass wir uns die neuesten Bewertungen zuerst angucken und dann quasi zu den ältesten vorgehen. Ich denke, das ist die sinnvollste Reihenfolge, um mal zu zeigen, wie ist die Lage aktuell, wie war die Lage vielleicht früher und ja, vielleicht auch eine kleine Prognose geben, wie es denn ist, wenn ihr jetzt beispielsweise im Einzelhandel oder so anfangen würdet. So, meine Freunde, dann springen wir direkt rein in die erste Bewertung. Und ja, die erste Bewertung liest sich online wie folgt. Jetzt schon dreimal da gewesen, kaum bis keine Ware da. Personal unglaublich unfreundlich, selten sowas erlebt. Da will man wirklich mal 1000 Euro investieren und es ist einfach nichts da, um was zu kaufen. Sorry, das war es dann jetzt auch für mich. Nochmal komme ich sicherlich nicht. Eine Stunde Anfahrt für Nüsse. Was kann ich zu der Story erzählen? Also, letztendlich kann man zu der Story sagen, ja, der Kunde war letztens bei uns im Laden und wollte was kaufen, wie er das schon vorgetragen hat online. Ja, natürlich ist es immer schade, wenn Kunden eine Stunde fahren und wir haben nichts da. Das kann aber leider immer der Fall sein. Man muss dazu sagen, in dem Laden, wo ich arbeite, gibt es kein Telefon. Das heißt, man kann nicht anrufen. Aber ich sage mal so, selbst wenn man als Kunde vorher anrufen würde, wir können das gar nicht so lange zurücklegen. Ich meine, in der Zeit hätte mit irgendwer kommen und das kaufen. Von daher ist seine Argumentation an der Stelle ein bisschen schwierig zu sehen. Das andere war, er wollte 1000 Euro investieren. Ich sage euch folgendes. In dem Laden, wo ich arbeite, ist es schon, es ist möglich, auf 1000 Euro zu kommen, aber man muss es schon wirklich wollen. Also, da muss man schon Hardcore-Fan von dem sein, was wir verkaufen und man muss wirklich, ja, Lust auf das Ganze haben und auch Lust haben, da wirklich 1000 Euro mal zu investieren. Und ja, von daher, ich hatte diese Investition über 1000 Euro tatsächlich nur ein einziges Mal, seitdem ich dort arbeite. Und ich arbeite dort seit über einem Jahr tatsächlich. Man muss jetzt auch sagen, ich arbeite nur auf 20 Stunden da, aber ich habe natürlich Einblicke in allem, was da so quasi passiert. Und von daher lässt sich sagen, dass er wirklich da 1000 Euro investieren wollte, ist relativ unwahrscheinlich. Kommen wir nun zum letzten Punkt. Und zwar meinte er, dass das Personal unglaublich unfreundlich war, unverschämt, bla bla bla. Ich sage euch folgendes. Der Kunde war eigentlich relativ freundlich zu mir und ich war auch relativ freundlich zu ihm. Und ich habe ihm das wirklich erklärt wie zu einem kleinen Gericht. Ich habe zu ihm gesagt, schau mal, guck mal, ich kann nichts dafür, dass wir das aktuell nicht da haben. Natürlich ist es blöd, dass du jetzt eine Stunde umsonst gefahren bist. Aber letztendlich, so kann ich da nichts für. So, es ist halt doof gelaufen. Aber ja, auch im Endeffekt die eigene Schuld, sage ich mal. Man hätte halt, wenn man das unbedingt haben wollen würde, auch online bestellen können. Da muss man auch wieder sagen, der Laden, wo ich arbeite, hat auch einen Online-Job, wo man alles bekommt. Das heißt, bevor ich das Risiko eingehe und eine Stunde fahre, klar, viele Leute wollen den Einzelnen unterstützen, bla bla bla. Und ich will den Laden, wo ich jetzt arbeite, auch gar nicht großartig in Schutz nehmen. Aber muss das sagen, man hätte das Ganze einfach, ja, als Kunde etwas schlauer angehen können. Und ich finde die Behauptung, dass ich zum Kunden unfreundlich gewesen wäre, ohne jeglichen Preis, ohne jegliches, ja, unerhaltbar und einfach, ja, frech, muss ich sagen. Aber gut, ey, sag mal, so sind die Kunden im Einzelhandel und so sind die Menschen generell heutzutage. Und wenn ihr wollt, mache ich dazu natürlich auch noch ein Video. Wie verhalten sich Kunden wie Service, wie sind die Menschen generell untereinander, wenn es ums Thema Einzelhandel geht. Und Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch gerne ein Abo da. Ja, und natürlich, am Ende dieses Monats fahre ich in den Skiurlaub. Das heißt, ab dem 20. um das nicht zu verpassen, denn davon geht es massig Content. Es wird massig Content davon geben. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da, schaut gerne regelmäßig rein. Bis dahin, ich fülle alles mit Shorts. Jeden Freitag kommt im Grunde ein neues Video, wenn ich es dann schaffe. Und dann seht ihr Einrücke aus meinem Leben, dann seht ihr guten Content. Und deshalb lasst gerne ein Abo da. Let's go, euer Max Moe. Ciao.